Es spricht der Führer. Wir mussten als Partei in der Minorität bleiben, weil wir die wertvollsten Elemente des Kampfes und des Opfersinns in der Nation mobilisierten, die zu allen Seiten nicht die Mehrheit, sondern die Minderheit ausgemacht haben. Und weil dieser beste Rassenwert der deutschen Nation in einer stolzen Selbsteinschätzung, mutig und kühn die Führung des Reiches und Volkes wurde, hat das Volk sich in immer größerer Zahl dieser Führung eingeschlossen und unterstellt. Das deutsche Volk ist glücklich in dem Bewusstsein, dass die ewige Fluch der Erscheinungen nunmehr endgültig abgelöst wurde von einem ruhenden Volk. Die Millionen Deutschen, die außerhalb unserer Welt, die das eines besten Blutes fühlen, und dieses Wissen zur Führung der Natione Hohmann, und als Placidist, diese Führung zu behalten, wahrzunehmen und nicht mehr abzunehmen! Untertitelung des ZDF, 2020